Herzlich Willkommen in unserem idyllisch gelegenen Ferienhaus Bayer, Ihr Urlaub im bayerischen Oberland. Das Ferienhaus Bayer ist ein liebevoll renoviertes und komfortabel eingerichtetes ehemaliges Bauernhaus, das ausreichend Platz zum Wohlfühlen bietet. In drei separaten Schlafzimmern, zwei Wohnzimmern und zwei Bädern finden bis zu acht Personen alle Möglichkeiten zum Entspannen. Unser Haus ist der ideale Ausgangspunkt für Ausflüge in die Umgebung. Entdecken Sie die herrliche Landschaft nah an der romantischen Straße. Bei uns können Sie dem Alltag entfliehen und die Seele baumeln lassen. Wir freuen uns auf Sie!